Whatever Bye, bye, bye Ich fühle mich so frei, frei Ich will schnell rein In mir scheißegal Herzlich willkommen zurück zu Dead Space Part Nummer 13 Und wir hören uns direkt bei den Audio-Lockern Logbuch der Hydrostation Dr. Elizabeth Cross Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten Die Flora ist gesund und gedeiht Und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen Aber der Käpt'n hat ein Flugverbot verhängt Mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt Und ihnen unseren Überschuss zu verweigern Wird daran auch nichts ändern Das ist wohl richtig, wahrscheinlich Wo muss ich denn hin, da dann Hier war ich noch nicht, ne? Oder? Das Problem ist, ich hab echt kein Leben Wenn mich jetzt irgendwie wirklich trifft, bin ich weg Dann bin ich kaputt vom Maximal Last 2500 Kilo Hm? Steht das wirklich da? Ja 2500 Kilo Do not irgendwas Maximum load Wenn ich nicht mehr Einsteigen Ach du heilige Was? Boah, erschreck mich doch nicht so Was ist das? Für irgendwas Ich glaub, Laserkanone oder so Der hat mich aber jetzt erschrocken wieder Ah, ein Medivac Ah, herrlich Dr. Hammond? Dr. Hammond? Wie schön sie lebendig zu sehen Nehmen sie den Händen nicht ab Die Luft ist faulig Ich hab es gesehen Es ist riesig Sie werden es nicht glauben Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt Die Crew auf diesem Deck Ich glaube Sie sind es Die die Luft hier verpesten Sie werden transformiert Ich habe einen von ihnen gesehen Aufgedunsen Angeschwollen Das sind Giftfabriki Wir müssen sie ausschalten Solange wir noch atmen können Hammond Ich dachte, sie wären tot Gehen sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist In ihrem Zustand sind sie Isaac, keine Hilfe Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor Er hat recht Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager Weil ich bekomme keinen guten Scan Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar Sei bloß vorsichtig Das gefällt mir ganz und gar nicht Das gefällt mir ganz und gar nicht Gut, erstmal gehe ich hier in den Shop Ja, Laser-Kanone, Schema, bla Ne, die brauche ich glaube ich Ich brauche auf jeden Fall ein Medikit Dann holen wir noch ins Money Und schauen wir mal Was wir den so erreichen Stase-Paket Ne Speicherstation Die ist immer gut Mal speichern bitte, ja Wo muss ich denn hin? Da lang Dann wollen wir mal Ich sollte wohl froh sein, dass er mit noch am Leben ist Aber ich traue ihm nicht Ich glaube er verheimlicht etwas wegen des Markers Da darf ich glaube ich nicht rein, oder? Warten wir kurz Gehen wir nach oben Fangen wir nach oben Nein Nein Stopp So kaputt 1100 Kredits hatte Das ist viel dabei Öffnen Alter Ich muss da hinten durch Ja, danke Ich bin bedient Verschlossen, verschlossen, verschlossen Ja, ich bin bedient Lass mich in Frieden Lass mich in Frieden Lass mich Aber Ja, scheiße Boah, was? Hör mir auf Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Lass mich hin Frieden Hm? Hm? Da Alter. Stopp, du scheiß Fee jetzt. Wohl was? Alter, ich will nicht mehr. Alter Schwede. Da liegt mir die weg. Da liegt auch mir die weg. Da ist irgendwas riesiges, glaube ich. Für die habe ich keine Muni mehr. Für die habe ich noch ein paar. Alter Schwede. Hier war noch irgendwo, die Küsten genau hier. Credits, ja was bringen wir denn Credits? Ich brauche Muni. Gehen wir noch ein Muni weg. Boah, Alter. Nährstofffass wird ersetzt. Und jetzt? Was hat das Gebäude? Keine Ahnung. Hier liegt noch was. Strahlen muss nicht sein. Alter Schwede ging das jetzt ab. Was haben wir hier hinten? Nichts mehr. Ich könnte noch ein bisschen Muni gebrauchen. Und das nicht zu knapp. Aber hier habe ich keine Luft. Okay. Dann sind wir hier hinten. Sollte lieber abfahren. Wo muss ich hin? Hier lang. Ist da noch so ein Vieh drin? Ich hab keine Muni mehr. Nichts mehr. Hä? Was liegt da? Wo war's? Strahl-Muni. Wenigstens etwas. Gibst du mir keine Muni? Mensch-Typ. Ach du Heiliger. Kommt der hier rein? Bleib offen. Ups. Was war das denn? Okay. Ja super, jetzt hab ich diese ganzen Viecher da. Oh oh. Oh oh. Ich hab mal ein großes Medivac, nicht ein kleines. Ich hab keine Zeit für euch, ich hab keine Zeit für euch, ich hab keine Zeit für euch, ich hab keine Zeit für euch. Lass mich in Frieden. Geh zu. So, was hatte ich denn da gerade aufgehoben? Brennstoff. Von drei Flammenwerfer. Benutzen. Was ist das? Irgendwie die Laser-Kanone. Hä? Warte mal. Was ist das hier unten? So, Giftkapsel. Ich muss nach oben. Okay, gut. Hab ich verstanden. Nach oben. Schleiß auf die Typen. Nach oben. Ist doch egal. Hauptsache erstmal weg. Alter. Achtung. Bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja, du bist Techniker. Seid ihr witzig. Alter. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich mach mich echt fertig. Ah, Muni. Ist das Muni? Neun Credits. Ach was. Seid still. Ja, super. Und ich hab keine Muni. Muni drin? Hä? Wer ist das denn? jumping the dit und super. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein... Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus Da dreht er ihn Ich habe hier keine Muni mehr Das ist jetzt doof, ja Boah jetzt habe ich Zeit zum nachladen, Alter das geht ja Stopp jetzt, stopp Alter Ich brauche dringend wieder Muni Alter geht das ab, was habe ich da aufgehoben Luftkanister, ernsthaft Boah Ich brauche Muni, Muni Das ist verschlossen Ich muss wieder zurück Alter Schwede Wer macht denn so ein Mist hier Muss bestimmt nach oben, oder? Ich habe gar keine Muni mehr, nichts mehr Gar nichts Ich jetzt doof Das ist richtiger Scheiß Scheiß Strahlen Muni Strahlen Muni Strahlen Muni Was ist das? Halbleiter Rubin Muss ich hier überhaupt hin? Ich glaube nicht Ebenen 0,1 Oh jetzt muss ich wieder ganz nach unten So ein Scheiß Da unten sind die Viecher Was ist das für eine Anzeige Oder auf der Brust Toll Zählen bis 1 und dann geht er wieder auf 0 Gefällt mir ganz und gar nicht Ich muss doch wieder nach oben Hä? Ebene 2 ist doch nichts mehr Verstehe ich nicht Ich muss hier wieder hin Ähm Hallo War ich jetzt auf der anderen Seite, oder was? Ah, eine Speicherstation Schön Jetzt beende ich mal hier den Part Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Von Dead Space Macht's gut